Super Meat Boy Ich muss dazu sagen, ich habe aus Versehen mein Save File mal irgendwie verloren, das heißt wir starten in Chapter 2 Aber die Light World kennt der ein oder andere ja vielleicht schon, deswegen spielen wir sozusagen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in der Dark World von Welt 2 Und zwar in Level 7 Wenn ihr jetzt gleich merkt, boah das Spiel, das ist ja mega, da muss ich mir erstmal angucken Guckt unter Playlist Playlist Hier auf diesem Kanal, da findet ihr alle bisherigen Super Meat Boy Videos Das Level hier heißt The Moon Und ja, was kann man zu einem Spiel sagen Das ist, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere nach zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr weiß, was das für ein Spiel ist Es ist ein Platformer, Jump and Run, wie man schon sieht Jump and Run and Die, es ist nämlich ein bolleschweres Spiel Und durch das Level bin ich jetzt erstaunlich gut durchgekommen, sogar in A-Plus Schön, das habe ich auf dem alten Kanal, äh, also nein, nicht auf dem alten Kanal, auf dem neuen Kanal Aber in der alten Playlist habe ich das nicht drin So, fängt gut an Dann machen wir direkt weiter Wie gesagt, das Spiel ist unterteilt in Welten Oder so genannt What the hell hat mich da denn jetzt getötet? Jetzt ist die Spritzen hier Auch das ist ja traumhaft Wundervoll Okay, aber so kommen wir da hoch Ähm, es ist unterteilt in Chapters, beziehungsweise Welten Die haben jeweils 20 Level und einen Boss Wobei jedes Level einmal in der Light World Variante zu spielen ist Und in der Dark World, aha, hi, was geht In der Dark World Variante sind die Level halt ein bisschen schwerer Ähm, was heißt ein bisschen schwerer? Die sind sogar ein bisschen sehr viel schwerer Plot Ähm, wir sind ein Fleischklumpen, der einem Pflastermädchen hinterher rennt Ist von den Machern von The Binding of Isaac, beziehungsweise kam sogar vor The Binding of Isaac raus Deswegen kennt der eine oder andere vielleicht diesen Begriff Cube of Meat Das ist eine Anspielung an Super Fucking Meat Boy Das war auch super gemacht Das hier geht auf und dann kommen wir hier hoch und dann können wir hier warten Und dann können wir hier dran und hier dran und dann können wir hier dran Und das könnte jetzt echt eng werden Oh mein fucking Gott Wow, das war am Ende mit mehr Glück als Verstand Man hat so eine lustige Ansicht, wenn man ein Level geschafft hat Dass danach nochmal alle Versuche losgehen Und das ging mir jetzt noch Ähm, ich werde nicht so und so viele Level pro Video machen Sondern eher so und so viele Minuten pro Video Wie mir so die Lust steht Und genau, ich werde jetzt nicht anfangen, dieses Spiel auf 100% zu spielen Das war übrigens beim zweiten Versuch gar nicht so schlecht gemacht Ähm, ich werde dieses Spiel definitiv nicht auf 100% spielen So, definitiv nicht Ich glaube, ich will mir zuerst den Schlüssel da unten holen Weil der ist echt fies Die anderen beiden kommen mir nicht so schlimm vor, ehrlich gesagt Wow, das war hoch Vielleicht wollen wir hier kurz warten und dann Ja, das sieht nicht schlecht aus Ähm, ja, das Spiel, es gibt 100% Runs von diesem Spiel Ich selber habe einen 100% Run von diesem Spiel geguckt Damals bei einem tollen Let's Player Der mich immer noch gerne mal unterhält Ähm, ja Und es wird keinen 100% Run von mir geben Ganz einfach Ich spiele dafür definitiv nicht gut genug Auch wenn das jetzt irgendwie die ersten Level hier Erstaunlich durchgeklappt hat Äh, jetzt zur anderen Seite rüber Ja, das geht auch noch Und das Pflaster da zum Beispiel Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal Wow Ähm, ja genau Also was halt zu den 100% eigentlich dazu gehört Sind diese lustigen Pflaster hier Wow Ich will es einfach mal versuchen Es ist, wie gesagt, äh, wirklich nicht das angenehmste Spiel Was den Schwierigkeitsgrad her angeht Dazu muss man auch sagen Ich bin nie jemand gewesen, der jetzt Wisst ihr was? Wir machen ja keinen 100% Ich bin nie jemand gewesen, der Ach ja, die ersten sechs Level sind jetzt logischerweise noch In, äh, jungfräulichem Weiß statt Rot Weil ich die auf dem Let's Play Kanal schon gemacht habe Aber jetzt halt, wenn ich nochmal machen wollte In dem Video Ähm Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich bin eigentlich nicht so jemand, der What the hell? Ich muss da dran Ich bin eigentlich, äh, jemand, der nicht so viele Jump'n'Run-Spiele bisher gespielt hat Die meisten davon sicherlich auf dem Nintendo DS und Game Boy Advance Ähm Ich habe nie richtig diese alten Konsolen besessen Und, ähm Deswegen geht mir der Skill, was solche Spiele angeht Sicherlich auch gewissermaßen ein bisschen verloren Auch wenn es jetzt bisher ganz gut aussah Ähm Das Ganze kommt in zwei Playlists Einmal natürlich in die Super Meat Boy Playlist Da, wo es ja logischerweise auch hingehört Ähm Und In die Battle Brothers Zocken-Zwischendurch-Liste Ich weiß auch nicht, was mich da jetzt geritten hat Irgendwie hatte ich das jetzt für eine mega gute Idee gehalten Da einfach dran So, wie geht das jetzt? So geht das Aha Schau mal an War nicht so schwer Okay Ähm Genau Es gibt ja diese wunderschöne Playlist Battle Brothers Zocken zwischendurch Wo alles reinfliegt Was jetzt keine konkrete Projektreihe, wenn man so will, ist Und da werde ich auch dieses Video reinklatschen Weil es halt echt unregelmäßig alle paar Monate höchstens mal kommt So, jetzt könnte es ja etwas panisch werden Wenn überall die Serien rumfliegen Wobei der Sprung hier am Anfang Der ist ja schon fast so gut, als wäre er Autsch Wow Ähm Als wäre er so vorgesehen Hier wollen wir direkt zurück Das ist okay Das ist okay Das ist okay Hier ist der Schlüssel Jetzt müssen wir hier wieder rüber Hier unten rein Ja, wie komme ich jetzt hier raus, ist die Frage, ne? Ich würde sagen, wir machen das so Das sah ganz gut aus A plus A plus heißt A plus Und wer weiß Vielleicht, wenn ich erstmal alle Dark World Level habe Dann sage ich vielleicht, ich will mir alle Fluster holen Dann werde ich da übel zu Pro in dem Spiel Ich denke nicht Nein, ich denke nicht Ich denke mal so absolut gar nicht Ich habe übrigens auch gar keine Uhr im Blick Es kann also sein, dass dieses Video Übermäßig früh oder übermäßig spät aufhört Wirklich Ich habe gar keine Ahnung Hier ist ein Schlüssel Irgendwie habe ich mir gedacht, dass wir da nicht direkt hoch können Achso Da konnten wir wirklich nicht hoch Weil der Ventilator noch gar nicht gepustet hat Das ist mir beim Vorbeifliegen gar nicht richtig aufgefallen gerade Ähm Tja, ansonsten Ähm Möchte ich mal kurz loswerden Dass es mir leid tut Dass ich Saboteur immer noch nicht zu Ende gespielt habe Es hat aber einen Grund Und zwar musste ich mir Ähm Mein Windows neu aufsetzen Und habe Mir meine Festplatte Der hatte ich zerschossen gehabt Dass ich es nicht geschafft habe In die Saboteur-Files reinzukommen Ich habe noch Safe Dates Äh Safe Games Habe ich noch, ja Und ich glaube, die müsste ich auch wieder herstellen können Aber dafür müsste ich erstmal Saboteur wieder installieren Und dazu fehlt mir im Moment einfach irgendwie die Zeit Dazu kommt, dass ich weiß Dass Saboteur jetzt auch nicht unbedingt das Projekt ist Was gesehen werden will Und man muss auch noch dazu sagen Dass ich jetzt derzeit meine Bachelor-Arbeit schreibe Insofern zeitlich eh schon eingeschränkt bin Ich gehe jetzt auch arbeiten neben dem Studium Das schränkt halt auch zeitlich noch weiter ein Da hätten wir ein bisschen schneller durchgekommen Bin ich mir sicher Okay, das passt aber Du kannst hier gerne mal Pause machen Damit ich hier durchkomme Wo hängst du? Du hängst jetzt da vorne Das trifft sich gut Jetzt geh da mal rein Damit ich hier durch kann Okay So Das Ding kann mich ja eigentlich nicht töten Und hier unten ist Managed Girl Heilöche Das ist jetzt natürlich kein Abfluss Aber So what? Hier unten ist ein Schlüssel Damit kommen wir hier durch Hier ist noch ein Schlüssel Damit kommen wir hier oben durch In der Theorie Da ist ein Pflaster Welches mir gestohlen bleiben will Eieieieieiei Hallo Hallo Bandage Girl Wo ist der Schlüssel? Jetzt muss ich da wieder hoch Das überlebe ich nicht Das dachte ich mir Da ist der Schlüssel Ich habe den Schlüssel gerade noch gesehen Also das hier funktioniert ganz gut Joa Kann man mal machen Denke ich Mit Pflaster Such a pro Okay 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 Schlüssel Bandage Girl A plus Mit Pflaster Wow Und lustige Lays Autsch Sag mal Was soll das? Komm mal her Ach ja Ähm Lassen wir das Das passt Oh das passt so gut Hier muss ich Pause machen Das passt Das passt Das passt nicht Haha Das Bandage da Das sieht lustig aus Finde ich So ein bisschen Eigentlich gar nicht Total Lustig Was tue ich hier Ey Das ist es nicht wert Das ist so ein Moment Wo man als Spieler sich denkt So okay Wo ist die nächste Spritze Oder die nächste Säge Oder was auch immer Mich hier tötet In dem Spiel Habe ich Ich habe vernommen Dass es relativ viele Möglichkeiten Gibt zu sterben Der eine oder andere Mag das jetzt schon Gemerkt haben Dieses Spiel ist darauf ausgelegt Den Spieler Zu töten Und zu frustrieren Ach Das passt Das passt aber wirklich Halt echt wunderschön Hier warten wir mal Einmal kurz Und wir holen uns Bandage Girl Gehe ich da jetzt nochmal rein Für das Pflaster Das sah eigentlich nicht so schwierig aus Wir machen das nochmal Versuchen es Das Schöne ist halt Dass man durch die Pflaster Auch die Charaktere freischaltet Und da war ein Laser im Weg Was macht der Da wo ich hinspringen will bitte Sorry Aber da habe ich kein Verständnis Für wirklich nicht Warum kam ich denn hier Letztes Mal zeitlich So wundervoll durch Okay Hier warten wir kurz Und jetzt holen wir uns das Bandage Ich bin da nicht runtergekommen Ich konnte einfach nicht sterben Ne Sehe ich nicht Oh Mann Okay jetzt passt es Wir haben ja die A plus Zeit schon Das heißt Es geht nur darum Das Bandage zu holen Oder Doch wir haben die A plus Zeit In dem Level glaube ich Aber natürlich geht es auch darum Nicht zu sterben Also könnte ich das auch unterlassen Wenn ich hier gut durchkommen will Vielleicht Wir haben keinen Stress Mach du deinen Scheiß Laser Mach du deinen Scheiß Autsch 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 Das tut weh Der Laser In die Fresse Macht sich bemerkbar Was war das denn Oh Mann Das war super Das Bandage Das hat es mir jetzt angetan Weil das eigentlich Nicht so schwer ist Ich glaube das schwerste ist Wirklich Am Ende da Zu warten Bis der Laser aufgehört hat Und dann wird er übermütig Und obwohl ich gerade Mehrfach betont habe Das Oh Mann Meat Boy Meat Boy Please Stop Stop it Oder wie besagter Let's Player Von dem ich vorhin gesprochen habe Immer so schön gesagt hat Oh Boy Oh Meat Boy So Warten Durch Nein 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 Oh ja Nimm mich richtig Entschuldigung Das war ärgerlich Ey Wir haben es echt geschafft Da What the fucking hell Das waren lustige Frame Einbrüche Super das Spiel läuft Super flüssig Aber wenn Dann krepelt es halt Richtig rum Super lustige Aktion gerade Dass wir es geschafft haben Da Haha Hihi Autsch Da hätte ich hoch gemusst Wusste ich eigentlich auch Aber irgendwie Hatte ich keinen Bock Hm Das war ziemlich knapp Da wäre ich gerade noch So an dem Laser Vorbeigekommen Ja Passt schon Wir warten Ich habe jetzt mehrfach betont Wir haben Zeit Wir wollen Keine Panik Das klingt wie in so einem Apokalypse Okay Yes Bandage get Danke sehr So Nailsbox Ah Laser Hilfe Und ich würde sagen Ich würde sagen Wir unterbrechen hier Ja wir unterbrechen hier Ähm Ich glaube ja Ich habe einige Level geschafft Ich bin von 7 bis Äh Bis 17 gekommen Also habe 7 8 19 12 13 14 15 16 Geschafft Da sind an der Zahl 10 Level Das ist die Hälfte der Welt Das ist voll in Ordnung Wir sehen uns in zukünftigen Oh Das war ein Mikro Entschuldigung In zukünftigen Super Meat Boy Videos Vielleicht nochmal wieder Danke fürs Zusehen Und Tschö 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 Tschö